Werte Festgäste, lieber Herr Sloterdijk, wir haben es alle schon häufiger erlebt, dass bedeutende Männer, bedeutende Frauen geehrt werden durch ein Symposium. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass die nach wie vor wichtigste deutsche Zeitschrift zu diesem Anlass dann auch noch ein riesiges Interview bringt und offenbar dann auch noch eine Möglichkeit sieht, die Veröffentlichung des Interviews ein paar Tage vorzuziehen, um rechtzeitig zu ihrem Symposium hier auftreten zu können. Sie haben, Herr Bürgermeister, gerade auch die spektakulärste Sentenz dieses Interviews schon vorgetragen, ziert sogar den Titel, die Titelseite des Spiegel, diese berühmte hohe Kunst der Asozialität, die am Anfang der Philosophie gestanden haben soll. Und das rührt schon sehr, sehr nah an das, was ich Ihnen heute vortragen möchte, nämlich etwas zum souveränen Denker. Ich denke, es gibt drei Wege zum souveränen Denken. Allerdings sind sie nicht in gleicher Weise gangbar. Da ist erstens der Weg der Wiederholung der Antike auf der Spitze der Modernität, also der Weg Nietzsches. Friedrich Kittler wollte diesen Weg noch einmal gehen, aber sein Werk macht heute doch den Eindruck einer abgebrochenen Freitreppe. Und schon Nietzsche konnte ja nur den Denker dichten, der diesen Weg gehen sollte, nämlich Zarathustra. Das ist der Weg des Übermuts, den Nietzsche selbst Großmut und den seine Kritiker dann Hochmut genannt haben. So würde ich diesen Titel interpretieren und so habe ich auch verstanden, was die Veranstalter sich wohl dachten, dass man in jedem Falle Nietzsche, aber das tut ja heutzutage Gott und die Welt, Sloterdijk mit Nietzsche und Heidegger eben in einem Atemzug zu nennen, dass Nietzsche selbst hier den Takt angeben soll. Das tue ich auch mit ihm. Da ist aber zweitens der Weg in den Abgrund der Langeweile im Posthistoire, der sich überraschenderweise gerade dem letzten Menschen eröffnet. Allerdings unter der Voraussetzung, dass er sich von Heidegger hat anleiten lassen. Das ist der Weg, den die Demut vor dem Sein eröffnet, der Weg zu dem, was Heidegger das wesentliche Denken genannt hat. Und da ist drittens der Weg des Freimuts. Und auf diesem Weg werden wir meinen Helden treffen. Aber sehen wir näher zu. Philosoph ist, wer sich nicht von unwichtigen Fragen ablenken lässt. Aber das wird unter modernen Lebensbedingungen immer schwieriger. Dass das philosophische Leben heute fast unvermeidlich auf Abwege gerät, das hat drei Gründe. Die Politik verführt zum Gefälligkeitsdenken, die Medien verführen zur Selbstinszenierung und die Universität verführt zum Lehrbetrieb. Für Nietzsche war deshalb das philosophische Leben in der modernen Welt unmöglich. Ich zitiere ihn. Alles moderne Philosophieren ist politisch und polizeilich durch Regierungen, Kirchen, Akademien, Sitten und Feigheiten der Menschen auf den Gelehrten anschein beschränkt. Dagegen verschreibt der Arzt Nietzsche seiner Kultur eine Dosis Übermut. Gut, riskiert etwas, im Leben wie im Denken. Seid Abenteurer. Wagt es, gefährlich zu denken. Neugier heißt bei Nietzsche die Freude am X. Auf die Schiffe, ihr Philosophen. Seid neugierig. Es gibt noch eine Welt zu entdecken. Der souveräne Denker ist also der Philosoph, der sich einschifft und damit einen Schiffbruch riskiert. Man könnte das kognitiven Heroismus nennen und hinzu kommt durchaus auch Heldenverehrung. Einen Helden zu haben, scheint ein Privileg der Jugend zu sein. Selbst auf dem trivialen Niveau der Unterhaltung bilden Bewunderung, Enthusiasmus und Heldenverehrung nach wie vor das Medium, in dem sich ein Charakter entwickelt. Und man bleibt genauso lange jung, wie man Helden hat, die man verehrt. Deshalb hat Nietzsches Zarathustra vor der Verleumdung unserer höchsten Hoffnungen gewarnt. Ich zitiere ihn noch einmal. Wirf den Helden in deiner Seele nicht weg. Diese Warnung ist dann in Martin Heideggers Hauptwerk über Sein und Zeit Philosophie geworden. Im Kapitel über die Grundverfassung der Geschichtlichkeit spricht Heidegger ausdrücklich davon, dass das Dasein sich seinen Helden wählt. Das ist keineswegs metaphorisch gemeint. Indem sich das Dasein seinen Helden wählt, wiederholt es eine faktisch existent gewesene Möglichkeit. Das heißt also, mein Held wirkt als Kraft der Möglichkeit in meinem Denkdasein. Und gerade, indem ich mich vor der Autorität dieser heroischen Existenzmöglichkeit beuge, bin ich meinem eigenen Selbst treu. Die Wiederholung einer überlieferten Existenzmöglichkeit erwidert diese Möglichkeit, widerruft damit die Macht der Vergangenheit und, wie es Heidegger eben formuliert, entgegenwärtigt die Gegenwart. Und ich denke, genauso buchstabiert Heidegger Nietzsches Begriff des Unzeitgemäßen. Der entscheidende Effekt, den die Orientierung an der Autorität des Helden hat, ist das, was Heidegger die Entwöhnung von den Üblichkeiten nennt. Und ich denke, das ist eine der Aufgabenbeschreibungen von Philosophie. Also, kognitiver Heroismus und Heldenverehrung. Das ist eine, die eine Möglichkeit. Aber nicht nur das abenteuerliche Herz und der freie Geist haben die Chance, den Weg zum souveränen Denken zu finden. Auch die letzten Menschen des Posthistoire könnten herausfinden, was Denken heißt. Und zwar führt ihr Weg genau exakt in die Gegenrichtung des gefährlichen Lebens, nämlich in die kaleidoskopische Statik des vorsorgenden Wohlfahrtsstaats. Der französische Wirtschaftsmathematiker Antoine Augustine Cournot hat schon Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals das Bild einer zivilisatorischen Phase entworfen, die man dann Posthistoire, also Nachgeschichte, genannt hat. Also die Zeit nach dem Ende der Geschichte. Die Leidenschaften des politischen Lebens haben sich beruhigt. Alle Interessen haben als gemeinsamen Nenner die Aufrechterhaltung des Status Quo. Das Gesellschaftssystem stellt sich auf Dauer, indem es alle politischen Kräfte neutralisiert. Und dadurch werden alle Lebensenergien abgespannt. Absehbar wird ein Endzustand absoluter Kristallisation, in dem die Menschen wie Termiten ein Gehäuse endloser Routinen und Ereignisfolgen bewohnen. Und dieses statische Zeitalter der Nachgeschichte hat dann wieder die Stabilität der Vorgeschichte. Es entwickelt sich ohne Krise, ohne Bewusstsein und ohne Freiheit. Posthistoire heißt aber wohlgemerkt nicht, dass nichts mehr geschieht. Im Gegenteil. Ereignisse, Sensationen, Katastrophen aller Orten. Aber es ändert sich nichts Wesentliches mehr in der Grundstruktur der westlichen Gesellschaft. Die wohl berühmteste und polemischste Figuration des Posthistoire bietet Zarathustras Lehre vom letzten Menschen. Ich zitiere nochmal Nietzsche Alle sehr gleich, sehr klein, sehr rund, sehr verträglich, sehr langweilig. Ein kleines, schwaches, dämmerndes Wohlgefühl über alle gleichmäßig verbreitet. Ein verbessertes und auf die Spitze getriebenes Chinesentum. So Nietzsche. Im Posthistoire des Wohlfahrtsstaats ist Langeweile das Zentralproblem. Eine universelle geistige Stagnation. Der letzte Mensch hat sehr viel freie Zeit, aber keine Muse. Muse ist ein Wort aus einer längst vergangenen Zeit. Es klingt so antiquiert wie Tugend oder Frömmigkeit. Jedenfalls lässt sich heute nur noch schwer nachvollziehen, dass Muse einmal ein positiver Begriff für die erstrebenswerte Lebensführung war. Unsere Maßstäbe der Beurteilung sind nämlich durch die Industriegesellschaft und ihre Arbeitsmoral vollkommen verändert worden. Muse haben heißt ja, Zeit zu verbringen, ohne etwas zu produzieren. Deshalb erscheint der Müsegänger aus der Perspektive der Arbeitsmoral als Parasit. Diese Arbeitsethik hat dem kontemplativen Leben ein schlechtes Gewissen gemacht. Und was auch immer Philosophen sein könnten, kontemplatives Leben ist in jedem Fall die Bedingung ihrer Existenz. Und in Nietzsches fröhlicher Wissenschaft heißt es dazu sehr schön, man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Wir dürfen also die Freizeit nicht mit der Muse verwechseln. Wir könnten allenfalls sagen, Freizeit ist die Verbürgerlichung des aristokratischen Müßiggangs. Diese Verbürgerlichung vollzieht sich als Verdrängung und zwar in den Medien des Konsums und der Unterhaltung. In der Freizeit hat nämlich der Konsum die Muse ersetzt. Und Unterhaltung ist die entstellte Gestalt, in der die verdrängte Muse in der Industriegesellschaft dann wiedergekehrt ist. Sie ist, um es noch einmal mit Nietzsche zu formulieren, das Vergnügen für müde gearbeitete Sklaven. Muse zu haben, ohne Langeweile zu empfinden, ist massendemokratisch. Entschuldigung, Unterhaltung zu suchen, muss ich natürlich sagen, um die Langeweile zu vertreiben, das ist massendemokratisch. Seit wir in der modernen Welt leben und Muse zu haben, ohne Langeweile zu empfinden, das ist aristokratisch, so herum muss es heißen. Seit wir in der modernen Welt leben, hat sich die Muse zur Unterhaltung verlangweiligt. Und seither amüsieren wir uns zu Tode. Zerstreuung durch Unterhaltung und die Qual der Langeweile sind also die zwei Seiten derselben Medaille. Martin Heidegger war einer der wenigen Philosophen, die sich um eine systematische Aufhellung dieser gelangweilten und deshalb zerstreuten Existenz bemüht haben. Er charakterisiert sie sehr schön als mitplätscherndes Dabeisein, ein sich mitnehmen lassen von dem, was gerade sich abspielt. Wer sich langweilt, erfährt die Zeit als Feind. Aber gerade deshalb liegt in der Langeweile die einmalige Chance der Aufmerksamkeit auf die Zeit, die eben nicht vergehen will. Deshalb ist diese Stimmung für die Existenzphilosophie so kostbar. Denn in der Langeweile entdeckt das Dasein des Menschen seine Zeitlichkeit. Wer sich selbst kennenlernen will, muss die Negativität dieser Stimmung aushalten. Und ich denke, das ist charakteristisch für unsere moderne Welt. Ein großer Roman heißt Der Ekel. Ein großer Film hat den Titel Die Verachtung und ein ganzes Zeitalter ist als eines der Angst beschrieben worden. Der denkende Mensch, der Orientierung sucht, wird auf eine negative Dialektik verwiesen, der gläubige Mensch auf eine negative Theologie. Und wenn der Mensch nach einer berühmten Formulierung Martin Heideggers das Seiende ist, dem es um sein Sein geht, dann zeigt sich dieses Sein des Menschen im Horizont der Zeit eben nur als Langeweile. Sie ist die Begegnung mit dem Nichts, die große Lehre, die Theologen als Gottlosigkeit und Philosophen als Nihilismus bezeichnen. Aber nur dieser negative Weg scheint noch offen zu sein. Der Startmechanismus der Philosophie ist heute ein anderer als zu Platons Zeiten. Am Anfang der antiken Philosophie stand das Staunen, am Anfang der modernen Philosophie steht die Langeweile. In den philosophischen Lehrjahren von Friedrich Schlegel heißt es dazu, die Begeisterung der Langeweile ist die erste Regung der Philosophie. Alle Langeweile, die man hat, macht man eigentlich sich selbst. Die Begeisterung der Langeweile, das ist eine schöne Paradoxie, die wir jetzt eigentlich nur noch entfalten müssen, um den zweiten Weg zum souveränen Denken zu entdecken. Schlegel selbst gibt dazu den entscheidenden Hinweis, wenn er sagt, dass alle Langeweile aus mir selbst kommt. Schauen wir hier einmal genauer auf den alltäglichen Sprachgebrauch. Erstens, ich kann selbst ein Langweiler sein, das heißt, andere langweilen. Diese Formen haben, zweitens, etwas kann mich langweilen und drittens, ich kann mich langweilen. Diese Formen haben natürlich sehr unterschiedliche Wertigkeiten. Am schlimmsten ist es, ein Langweiler zu sein. Und deshalb hat La Rochefoucault recht mit dem Satz, wir können denen nicht vergeben, die wir langweilen. Weniger problematisch ist es, wenn etwas mich langweilt, denn dann muss ich die Schuld nicht bei mir selbst suchen, bleibe aber Gefangener der Situation. Bewegung kommt in die Sache aber erst, wenn ich vom etwas langweilt mich durchstoße zum mir ist langweilig. Wenn ich nicht weiß, was mich langweilt, stehe ich nämlich kurz vor der Einsicht, dass mich nicht etwas langweilt, sondern ich mich selbst. Der Mensch ist von Stimmungen bestimmt, also nicht nur von der Sorge um Selbsterhaltung, sondern auch vom Unbehagen und vom Überdruss der Langeweile. Das ist eben eines der großen Themen der Existenzphilosophie. Und ihre erstaunliche ursprüngliche Einsicht liegt darin, dass uns gerade die negativen Stimmungen wie Langeweile und Angst die Welt erschließen. Es ist einem unheimlich, es ist einem langweilig. Im Blick auf das Sein sind das äquivalente Stimmungen. Doch während die Existenzphilosophie der Angst viele Väter hat, verdanken wir alleine Heidegger das, was Peter Sloterdijk so schön das Vorstoßen ins Herz der Langeweile genannt hat. Möge die Sunshine Psychology den Flow als Korridor zwischen Anxiety und Boredom preisen. Heideggers Erkundungsgang des souveränen Denkens geht in die Extreme, nämlich die Angst, die eben das Nichts erschließt und die Langeweile, die das Seiende im Ganzen erschließt. Ich betone das deshalb, weil jene sehr populär gewordene Theorie des Flow von Mikai Sixent-Mihai davon ausgeht, dass das gute, erfreuliche Leben gerade einen Mittelkurs zwischen Angst und Langeweile steuern muss. Er geht zu Recht davon aus, dass die Philosophen ihr großes Thema des guten Lebens vernachlässigt haben und er versteht sein eigenes Buch, eben diesen Bestseller von vor Jahrzehnten Flow, er versteht dieses Buch als Startschuss für eine wissenschaftliche Erforschung der Lebensfreude. In diesem Sinn untersucht er Handlungen, die sich selbst belohnen und Erlebnisse, die in sich selbst befriedigend sind. Es geht also um das optimale Level der Stimulation, auf dem wir total involviert und fokussiert sind. Es gibt demnach einen schmalen Korridor der Lebensfreude zwischen Überforderung und Unterforderung, das heißt eben zwischen Angst und Langeweile. Ich finde, das klingt überzeugend und es hat auch viele überzeugt, aber gerade diese interessante Idee von Sixthand Me Hype Flow blockiert gerade jedes tieferen Nachdenken über die Langeweile. Was diese mit der Existenzphilosophie verbindet, ist, so erstaunlich das zunächst klingen mag, ihre Unruhefunktion. Langeweile ist nämlich nicht Ruhe, ganz im Gegenteil. Sie macht unruhig, weil sie unausgefüllt ist. Langeweile ist eine Lehre, die auf ein unbestimmtes anderes verweist. Noch deutlicher, wer sich langweilt, will etwas anderes. Langeweile beweist, dass man das Leben nicht auf Selbsterhaltung reduzieren kann. Man könnte auch sagen, sie ist eine Sehnsucht nach Hingabe. Sie lässt merken, dass es mit der neuzeitlichen Selbstbehauptung noch nicht getan ist. Selbsterhaltung ist natürlich eine selbstverständliche Notwendigkeit der Existenz. Aber schon ein modernes Allermunde Wort wie Selbstverwirklichung bringt zum Ausdruck, dass es dem Menschen um sehr viel mehr geht. Er ist das bewertende Wesen und sobald er seiner Selbsterhaltung einigermaßen sicher ist, betrachtet er die Welt im wertenden Selbstvergleich. So entsteht der Neid und der ist neben der Angst und der Langeweile eine der großen negativen Stimmungen, die uns die Welt erschließen. Und es sind diese Stimmungen, die der letzte Mensch am besten kennt. Nicht umsonst setzen Heideggers Existenzialanalysen an den Befindlichkeiten des Mann an. Ich will jetzt nicht übertreiben, aus dem letzten Menschen wird kein souveräner Denker. Aber er könnte lernen, was Denken heißt, wenn er seinen großen negativen Stimmungen auf den Grund gehen würde. Und auch demjenigen, der sich mit der Angst vor der Angst panzert, ist noch der Mut zur Langeweile zuzutrauen, der genügt, um zur Philosophie zu begeistern. Es gibt aber noch einen dritten Weg zum souveränen Denken und den weist der Freimut. Ich charakterisiere zunächst den souveränen Denker ganz holzschnittartig und zeige ihn dann in seinem aktuellen Kampf mit dem Drachen Political Correctness. Zum Freimut des souveränen Denkens gehört, ich zitiere noch einmal Nietzsche, der kalte sichere Blick der Schätzung. Leben heißt abschätzen, vorziehen, einen Unterschied machen. Deshalb hat Nietzsche den Wertbegriff ins Zentrum seiner Philosophie gestellt. Wenn ein Wert ein Maßstab sein soll, nach dem man sich richtet, dann muss er geschätzt, das heißt anderen vorgezogen werden. Im Blick auf das Ganze des gesellschaftlichen Lebens geht es hier um die maßgebende Horizontziehung, um das befehlende erkennen. Jedes Schätzen und Werten impliziert ja Selektion und jede Selektion produziert Rangordnung und Ungleichheit, indem sie andere und anderes niederhält und fernhält. Daraus folgt aber zwingend das erkenntnistheoretisch unmoderne unmoderne an Nietzsche. Er glaubt an den bevorzugten Standpunkt, das heißt an Vornehmheit oder das was auch das Auge Zarathustras heißt. Heute muss der souveräne Denker diesen kalten sicheren Blick der Schätzung auf andere Weise gewinnen. Bei Peter Sloderdijk kann man sehen wie. Er versteht Selbstbehauptung als Selbstbehausung und Nietzsches Geschichte wie die wahre Welt zur Fabel wurde versteht er als Anleitung zur rhetorischen Welterfindung. Vielleicht darf ich an der Stelle tatsächlich noch mal zwei kleine Sätzchen aus diesem tollen Interview im Spiegel lesen genau zu meinem Thema Selbstbehauptung als Selbstbehausung. Da heißt das sehr schön Philosophie entstand ursprünglich sagt Sloderdijk als therapeutische Kosmologie das heißt als den Menschen in der erweiterten Welt heimisch zu machen. Ich glaube das könnte man auch mit Novalis belegen. Philosophie ist eigentlich Heimweh Sehnsucht überall zu Hause zu sein. Das kommt glaube ich ziemlich nahe an diesen Gedanken heran. Und an anderer Stelle des Interviews heißt es von der Behausung hängt das Grundgefühl des Interweltseins des Menschen ganz wesentlich ab. Also das ist eine denke ich der wesentlichen zentralen Themen von Sloderdijk Selbstbehauptung als Selbstbehausung und in der Kraft Namen zu geben denke ich und Metaphern zu prägen kann man heute niemanden mit Sloderdijk vergleichen. Seine nicht argumentative Philosophie das wäre meine Variante zur nicht definitorischen Philosophie seine nicht argumentative Philosophie trifft mit absoluten Metaphern bildhafte Vorentscheidungen die die ganze Welt strukturieren. Jedes Buch von Sloderdijk ist ein intellektueller Präventivschlag und wenn Sloderdijk etwas von Nietzsche gelernt hat dann dies Provokation als Form der Philosophie. Apropos gelernt jeder souveräne Denker erzeugt seine eigenen Vorläufer. Das muss man im Auge behalten wenn man wie ich das ja auch tue Sloderdijk mit Nietzsche und Heidegger vergleicht. Er kennt keine Anxiety of Influence. Soweit die holzschnittartige Charakterisierung des souveränen Denkers. Kommen wir nun zum Drachenkampf. Um ihn zu schildern brauche ich den vielleicht etwas naiv klingenden Begriff des echten Non-Konformismus. Wenn ich den benutze dann ist mir trotzdem natürlich klar dass dieser Begriff längst von den Konformisten des Andersseins besetzt ist die sich zum Beispiel Querdenker nennen halten zu Gnaden. Solange es überhaupt noch echte Philosophie gibt ist sie das einsame und freie Denken. Das wäre das was auf der Seite 120 und hier auf dem Titelblatt eben die Kunst die hohe Kunst der Asozialität heißt bei Sloterdijk. Aber sie war dieses einsame und freie Denken diese Philosophie war natürlich immer schon auch institutionalisiert eingebettet in Paradigmen gebunden an Denkstile. Heute präsentiert sie sich zumeist als Sache von Beamten und als Fachbereich der Wissenschaften. Gleichzeitig verwandelt sie die Universität immer deutlicher in eine Welt der Drittmittel und der Gefälligkeitsgutachten. Wie heißt es doch in Ernst Jüngers Roman Heliopolis den Professoren wird das Apportieren beigebracht. Antik war die Muse mittelalterlich war es das Mönchtum die Bedingung der Philosophie modern ist es die Verbeamtung. Deshalb ist der souveräne Denker den Wissenschaftlern eine Torheit und den Philosophen ein Ärgernis. Im Gegensatz zu den Philosophiebeamten, den Gefälligkeitswissenschaftlern und Zeitgeistphilosophen ist der souveräne Denker immer der Einzelne. Er hat den Mut allein stehen zu können. Einsamkeit ist nämlich der Preis der Freiheit und Einsamkeitsfähigkeit ist deshalb die Bedingung der Freiheit. Echter Nonkonformismus ist das Wesen der Philosophie und die Frage was heißt Denken muss nach der Möglichkeit des Dissens fragen. Im Zentrum der Freiheit steht der Wert der abweichenden Meinung. Nonkonformismus ist also kein kognitives Problem. Es geht um Mut und um Angst. Früher fürchteten die Menschen das Unwahre zu sagen. Heute fürchten sie sich nur noch davor mit ihrer Meinung allein zu bleiben. der Staat als Leitstern der Bildung. Das war Nietzsches höhnische Formel für den Hass auf den Geist, für die Angst vor der Philosophie. Diese Formel scheint mir aktueller denn je zu sein. Nur dass der Leitstern heute nicht mehr Preußen, sondern Brüssel heißt. Dort werden die Direktiven eines neuen Konformismus ausgegeben, der sich kurioserweise mit seinem Autonym benennt, mit seinem Antonym benennt, nämlich Diversität. Für einen guten Europäer gibt es ja nichts Wertvolleres als die Meinungsfreiheit. Das Recht auf Meinungsfreiheit und Redefreiheit stellt aber gerade die abweichende Meinung, den Dissens, ins Zentrum der Freiheitsidee. Ich bin kein sehr großer Fan von John Stuart Mill, aber dieser Gedanke, den verdanken wir Mill und der ist wirklich zentral für dieses gesamte Problem. Ich denke, von dieser Einsicht Mills ist die Elite der europäischen Politik unendlich weit entfernt. Abweichende Meinungen werden heute schärfer sanktioniert als abweichendes Verhalten. Diese Sanktionen laufen zumeist nicht über Diskussionen, sondern über Ausschluss. Nun könnte man denken, dass ja immerhin noch die Gedanken frei sind. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, dass derjenige, die man das Sprechen und Schreiben beschneidet, noch frei denken könnte. Es gibt keine Freiheit des Denkens ohne die Möglichkeit einer öffentlichen Mitteilung des Gedachten. Und das gilt nicht nur für die wenigen Schreiber, sondern gerade auch für die vielen Leser. Gedankenfreiheit bedeutet für die meisten Menschen nämlich nur die Möglichkeit, zwischen einigen wenigen Ansichten zu wählen, die von einer kleinen Minderheit öffentlich redender und schreibender verbreitet worden sind. Deshalb zerstört das zum Schweigen bringen abweichender Meinungen die Gedankenfreiheit selbst. Abweichende Meinungen, die sich noch aus der Deckung wagen, werden sozial bestraft. Wie eh und je ergeht dann das Scherbengericht. Die soziale Intoleranz fügt heute zwar niemandem mehr körperlichen Schaden zu, aber wer anders denkt, muss seine Meinung maskieren oder auf Publizität verzichten. Die beste Definition der Political Correctness findet sich übrigens schon in Thomas Manns Betrachtungen eines Unpolitischen. Ich zitiere, die Auferstehung der Tugend in politischer Gestalt, das wieder Möglichwerden eines Moralbonzentums sentimental terroristisch republikanischer Prägung, mit einem Wort die Renaissance des Jakobiners. Luther predigte noch spirituelle Freiheit in politischer Knechtschaft, wir haben heute spirituelle Knechtschaft in politischer Freiheit. Zauberwörter wie Multikulturalismus, Respekt und neuerdings Diversität leben davon, dass sie undurchdacht bleiben. Denn nur wenn man das hat, was man, denken Sie an Demercier mit seinem verzweifelten Versuch, Leitkultur genannt hat, kann man auch multikulturell eingestellt sein. Man kann nicht tolerant sein, wenn man keine eigenen Werte zu verteidigen hat. Man kann nicht offen sein, wenn man nicht selbstbewusst ist. Ich stehe zu meinen Überzeugungen im vollen Bewusstsein der Alternativen und ich muss nicht respektieren, was ich toleriere. Toleranz ist nämlich das Klima der Koexistenz von Andersgläubigen. Politische Korrektheit dagegen ist Aufklärung als Farce. Du sollst keine Vorurteile haben. Alle sind gleich verschieden. Dabei schließen sich die Zeithorizonte wie bei Nietzsches Tieren, die an den Pflock des Augenblicks angekettet sind. Alles, was der Kultur der politischen Korrektheit historisch vorausging, gilt jetzt als reaktionär. Dazu Nein zu sagen, ist auch deshalb schwierig, weil die Position des Nein schon von den Konformisten des Andersdenkens besetzt ist. Das Nein des Einzelgängers muss deshalb vor allen Dingen auch ein Nein gegen die Schablonen des Protests sein. Die Kritik verliert an Niveau, wenn man keinen Mut mehr zu ihr braucht. Das ist auch ein Stück Dialektik der Aufklärung. Zur Kritik ermuntern heißt die Kritik korrumpieren. Das Wort, das Christian Wernicke für die Non-Governmental Organizations geprägt hat, passt wunderbar auf die Linksintellektuellen. Die Hofierten stören Friede. Jeder hat sie gern. Und selbst der Rotary Club fragt neuerdings seine Mitglieder besorgt, akzeptieren wir Querdenker? Der Querdenker macht es sich als unbequemer Geist bequem. Er ist die Figur des domestizierten Dissens. Furchtlos vertritt er die Meinung der Mehrheit. Sein Biotop ist die Talkshow. Talk heißt auf Deutsch Geschwätz und in diesem Medium entfaltet der unbequeme Geist seinen Zauber. Dabei macht jeder seiner Sätze deutlich, der größte Feind der Wahrheit ist nicht die Lüge, sondern das Geschwätz. Hätte ich mehr Zeit, würde ich hier eine Referenz auf das großartige kleine Büchlein von Harry Frankfurt einbringen. Bullshit. Ich sage stattdessen nur, kaufen Sie es. Grandios. Seit die Bürger des 19. Jahrhunderts Geschmack an der Antibürgerlichkeit der Bohem gefunden haben, bietet unsere Kultur eine Parodie auf die Umwertung der Werte. So hat selbst die theologische Unterscheidung orthodox-heretisch längst die Vorzeichen gewechselt. Heute will jeder ein Querdenker und unkonventionell sein, eben unorthodox, vor allem Kirchenvertreter. Oder man will doch zumindest unbürokratisch handeln, vor allem Bürokraten. Die Politik hält sich Querdenker und Gefälligkeitswissenschaftler, um sich gegen jeden echten Dissens zu immunisieren. Nichts fürchtet die Regierung einer modernen Massendemokratie nämlich mehr als einen selbstständig denkenden Menschen. Nietzsche hat einmal gesagt, der große Mensch sei ohne Furcht vor der Meinung. Ich denke, dieser Satz ist aktueller denn je, denn heute wird, wie ich schon gesagt habe, eine abweichende Meinung schärfer kontrolliert als eine abweichende Handlung. Auf die abweichende Meinung reagieren die Politiker und ihre Mediengetreuen nicht mit Widerspruch, sondern mit Empörung. Es gibt eine Art progressiver Steuer auf Meinungen, die von der politischen Correctness abweichen. Nonkonformismus ist also, wie gesagt, kein kognitives Problem. Ich sage das schon, es geht vielmehr um Mut und um Angst. Und hier ist es in der Moderne zu einer charakteristischen Verschiebung gekommen. Früher fürchteten die Menschen, ich sage das auch schon, das Unwahre zu sagen, eben die unrichtige Meinung zu haben. Heute fürchtet man sich nur noch, mit dieser Meinung allein zu bleiben. Das hat schon der große evangelische Theologis 19. Jahrhunderts Kjörgegar die Angst davor, ein Einzelner zu sein genannt. Und ich denke, sie ist für die Massendemokratie der Moderne charakteristisch. Ihr Thema ist die Gruppe, das Team. Ihr Anathema ist der Einzelne, der Eigensinnige. Der Gruppe und den Medien zu trotzen, nur wenigen ist heute diese Freiheit wichtig genug, um dieses Wagnis einzugehen. Ein Einzelner zu sein, ist die Heresie unserer Zeit. Wer hervorragen will, gilt als Mut zusammen nehmen und die These vertreten, das Wichtige am Leben ist das, was nicht für alle gilt. Der Einzelne und die Ausnahme. Alles Wertvolle verdanken wir außergewöhnlichen Individuen. Doch das will die öffentliche Meinung nicht wahrhaben. Und es ist ja auch nicht erstaunlich, dass mittelmäßige Köpfe keinen Sinn für die Bedeutung von Originalität haben. Ein Beispiel für Non-Konformismus zu geben, ist deshalb der größte Dienst, den ein Einzelner der modernen Gesellschaft erweisen kann. Der souveräne Denker ist der Held der modernen Gesellschaft, weil er eben das Abenteuer der Isolationsangst besteht. Es geht um den Mut zur Wahrheit und die Freiheit Nein zu sagen. Dazu sind Tugenden erforderlich, die nicht zufällig sehr antiquiert klingen. Freimut und Redlichkeit, Leidenschaft und Enthusiasmus, vor allem auch Eigensinn. In den Parlamenten wird man danach genauso vergeblich suchen wie in den Redaktionen und Fakultäten. Denn Karrierepläne vertragen sich heute nur schlecht mit diesen Tugenden. Deshalb müssen die Freunde der Wahrheit auf die Frechheit des Alters hoffen. Denn je älter man wird, desto mehr kann man riskieren. Jedem Risiko liegt aber ein Kalkül zugrunde. Und das unterscheidet riskantes Verhalten ganz wesentlich von Tollkühnheit. Das muss man im Auge behalten, wenn man die Formel Mut zur Wahrheit konkretisieren will. Doch wie könnte ein Risikokalkül für den Mut zur Wahrheit aufgebaut sein? Wer etwas Lebenserfahrung und Menschenkenntnis hat, wird sich hier nicht täuschen lassen. Mut kann man nicht simulieren und Feigheit kann man nicht dissimulieren. Jede echte Idee hat einen polemischen Index. Nur tote Ideen können friedlich koexistieren. Deshalb gilt für den echten Philosophen ich denke, also habe ich Feinde. Der souveräne Denker hat die Kraft, seine Feinde in eine verdummende Wut zu versetzen. Das liegt zum einen daran, dass er sich als Analytiker des Gutmenschen betätigt. Der souveräne Denker ist immun gegen den Moralismus der politischen Dilettanten. Der Mut zur Wahrheit besteht demnach darin, sich der schlotternden Furcht vor dem Begriff Reaktion zu entschlagen. Das war ein Zitat und zwar aus Thomas Manns Zauberberg und das sagt Nafta und da denke ich, muss man Nafta Recht geben. Es geht darum, sich der schlotternden Furcht vor dem Begriff Reaktion zu entschlagen. Was viele Intellektuelle in Deutschland daran hindert zu denken, ist die Angst davor, als reaktionär zu gelten. Jeder brillante Kopf ist charismatisch. Das ist die einzige Eigenschaft, die nicht säkularisiert werden kann. Und deshalb reagiert der Mainstream allergisch darauf. Oder um es ganz einfach zu sagen, nur Charisma kann nicht zur Mode werden. Es ist das Außeralltägliche. Es manifestiert sich im Non-Konformismus der Exzellenz gegen das Kartell der Mittelmäßigkeit. Zitat Gerhard Schröder. Doch der souveräne Denker verletzt nicht nur das Tabu der Exzellenz, sondern sondern auch das Tabu der Transzellenz. Sein Mut zur Wahrheit sprengt den Funktionalismus, die ausweglose Immanenz der sozialen Systeme. Und wenn man sieht, wie die Weltgesellschaft jedes Wort des Widerstands, jede Geste des Protests mühelos ins eigene Funktionieren einbaut, muss man zu dem Schluss kommen, Transzellenz ist heute der einzige subversive Begriff. Der souveräne Denker zielt auf die Metanoia des Einzelnen. Kehre um, du musst dein Leben ändern oder doch wenigstens dein Denken. Wenn Sie jetzt denken, dass ich schon mit dem freien Geist Nietzsches und der Seinsfrage Heideggers, aber erst recht mit dem Freimut des souveränen Denkers die Latte für Philosophen heute allzu hoch gelegt habe, muss ich Ihnen zustimmen. Ja, zugegeben, ich habe einen Idealtypus gezeichnet. Aber da es beim Denken um den Einzelnen geht, genügt es, wenn ein einziger die Bedingung dieses Idealtypus erfüllt. Und für mich ist es Peter Sloterdijk. Danke.